hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel disney's arena ich werde es mal starten ich habe schon heruntergeladen ich war mir nicht sicher ob ich davon schon mal ein spiel gespielt habe ich glaube dass disney dings habe ich noch nicht gespielt ich hätte auch keinen account von mir gefunden daher wird das wahrscheinlich auch so sein dann werden wir mal damit anfangen mit dem ersten kampf auch hier ist eine heilerin Wer ist drin? Goofy? Oh die Monster AG! Ich weiß nur nicht wie groß er heißt. Wie heißt der? Wie nennt er das? Was? 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 Wer ist drin? Was? 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 Okay. Ah, da muss ich also auflaufen. Okay. Okay. Yeah, boy. Okay. 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 We often have a Oh, von Robin Hood. Okay. Okay. Sack. That's right. Okay. Der ist schon gleich tot bevor Sommerson vorbei ist. Ach so. Oh. Der sagt mir gar nichts. Aber bestimmt auch von Robin Hood. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht von Mulan? Keine Ahnung. Aber jetzt werde ich bestimmt sterben. Der sieht süß aus. Wo kommst du her? Ah. Gewonnen. Und Einführung immer noch. Ja. 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 Okay. Oh, ich habe einen neuen Kämpfer. Ich habe den Oak. Das war es hier. Ach, wieder Krampf. Das war es hier. 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 Oh-oh. Das war es hier. 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 1000 Euro 1 der shop da sind auch noch drei sachen oder mehr als drei sogar kostenlose truhe auch kostenlos einmal video angucken ok mit anderen spielen kann man auch jemanden hierfür machen mit wieviel kann man kämpfen ich hab jetzt ne fünf stück automatik geht jetzt auch so Ich hab doch fünf Felsen. Ohne dass Captain Hook kein hält, ist das nur ein Böser. Fünf Kampagnenkämpfe abschließen, okay. 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 Yeah. Okay. 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 oh einer ist daun bei mir Arielle und Captain Hook zwei sogar daun noch zwei Bewertung gibt es später wenn ich das Spiel durchgespielt habe das dauert noch ein bisschen da ne muss ich noch mal machen soll ich noch einsterben egal scheint wahrscheinlich egal scheint wahrscheinlich egal zu sein sauber oh Minimus ist daun Captain Hook ist daun jetzt werden wir es auf jeden Fall schaffen weil meine Leute jetzt aufleveln werden so ich kann Okay, ich habe es noch nicht. Und jetzt kommt der letzte Kampf, ne immer noch 2c. Und das werden wir bestimmt gewinnen mit 3 Sternen. Okay, ich habe es noch nicht. Jawohl, 3 Sterne. Und das war die letzte Teils Quest. Okay, jetzt muss ich noch Werbung anschauen, aber die brauchen wir ja nicht. Ich habe es gerade gesehen. Der ist jetzt auch grün. Bei Suche kannst du dann auch die Kampagnen aussuchen, wo du die Belohnung kriegst. Bei 1F. Oh, ich war noch nicht da. Gut, gut, gut. Interessante Spiele. Video möchte ich mir nicht angucken. Also den kann ich auch einmal. Den kann ich auch einmal. Das war Griefer. Das war Griefer. 1F. 2F. 1F. 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 Letzter Kampf Letzter Kampf Letzter Kampf Letzter Kampf Letzter Kampf Die Maus ist dauernd. Ariel ist dauernd. Geschafft. Gut, das war's heute. Alle roten Flecke sind weg. Und dann sag ich mal Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Video gefallen seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. 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 Ciao.